Es ist nur eine Schreckgeschichte. Der Nachtkrab, das ist ein großer, schwarzer Vogel. Er kommt nachts die Kinder holen, wenn sie nicht brav sind. Doch was, wenn sie wahr wird? Gestern Nacht wurde ein elfjähriger Junge umgebracht und in den See geworfen. Und was, wenn es noch nicht vorbei ist? Der Nachtkrab, er war da. Nachtkrab, der Tatort. Freitagabend im Ersten.